hallo und herzlich willkommen zu alpha playroom heute mit einem weiteren video zu den jago karten der serie 5 doch heute etwas besonderes denn mein sohn machte die kartendecks nämlich auf und die packen packages so luka dann fangen wir an immer das erste package ist in die hand so dann gibt mir mal die erste karte nicht in die kamera halten zu mir geben dankeschön so und hat mir gleich die special karte gegeben komplett andere reihenfolge wie ich das mache das ist der ultra sushi mit der nummer zehn sehr schön die legen wir mal hier sind diese kartendecks die kommen und da oben also das gefällt das special karte an der luka na gut was haben wir da noch luka gibt mir die karte gibt mir eine karte so und da haben wir strenger meister wo mit der 39 korrekt so dann die geste luka danke und da haben wir halt falsch rum rums mit der 164 dann die nächste dankeschön da haben wir ein poster element mit der 232 sehr schön und eine special card von dcj mit der 36 so was haben wir denn da schönes noch danke wir haben hier den blizzard bogenschützen mit der 94 202 dann was hast du noch schönes das ist wüstensegler flieger mit der 200 sehr schön zahl soweit ich kann wir noch ein bisschen justieren so dann danke das ist der verbotene eis drache mit der 209 kennst du den verbotenen eis drachen luke wo du machst ja richtig random mäßig dann kriegen wir jetzt schon die special card das ist die für das ist der verbotene spinnizu kohl die hatten wir vorhin auch schon mit der nummer neun tolle glitzer effekte hat er schön und die letzte karte weiter runter halten die letzte karte ist fiese unagami 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 mit 102 102 ja die gabel sagen ich gibt mich einfach die andere seite wenn es geht wozu raus zu bauen es ging dankeschön was haben wir schönes die erste karte wir haben da mutiger klatsch klutsch powers mit der 49 danke da haben wir leute power flitzer mit der 211 macht die anderen aus dem bild sonst sehen die ja schon was kommt so dann haben wir erholung mit der 168 sehr schön nächste ha die special karte bringt er schon mega digi kohl mit der 139 cool mit seinem controller schwert das ist so richtig nice und die letzte karte ist die ginia die ginia ist doch ein mädchen mit der 24 super hast du dich auch als spielzeug die ginia das hatte ich nur als normal aber nicht als rückbeton aha super dann gibt mir schon mal dann die erste karte macht das papier weg super dankeschön nicht in die kamera halten sonst sehen wir ja schon was kommt da haben wir den unerfreuliche begegnung mit der 163 und dann kommt spinnizu slam j mit der 222 eine schnappszahl ja nice und da haben wir wieder den klutsch powers mit der 48 gibt mir eine davon ja das ist eine special card digi kai mit der 18 und dann haben wir die special card so wie wir es eigentlich gewohnt sind als letzte der mächtige unagami mit der 103 weiter runter halten weiter zum boden runter halten wie man sieht haben die karten packages richtig gemacht damit man das dann auch gut auseinander bank also ich sag mal so in sechs jahren kann die karten gut auch gut aufmachen oder luka und das ist ja wichtiger dass auch die jüngeren leute das auf kriegen und nicht nur die älteren schnappt sie euch mit der 159 der helikopter die hat mein sohn dankeschön da haben wir den gefährlichen eis samurai wieder mit der 96 ja gibt mir eine danke da haben wir dann poster element mit der 241 dann haben wir überrascht überraschte tina tratsch mit der 50 die hat wohl zu viele reporte gemacht und die special karte ist dankeschön harumis mächtiger avatar mit der 114 ja und das waren die fünf karten packages die mein sohn aufgemacht hat für uns also wenn euch das video gefallen hat dann lasst einfach ein like da und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten video und nicht dran nicht vergessen auch abonnieren dann seht ihr immer wenn neue videos kommen also ansonsten bis bald